Andi Borg vs. Stefan Mors, jetzt wird es ganz ernst Ausrufezeichen.Andi Borg und Stefan Mors sind auf Konfrontationskurs. Bald könnte es so richtig krachen zwischen den Freunden.Bisher hatte jeder seinen festen Sendeplatz und Ort. Doch diesen Sommer ändert sich das, denn Entertainer Andi Borg, 62, moderierte ausgerechnet seine Samstagabendshow aus dem Europa-Park Rust. Dort, wo sonst stets Stefan Mors, 47, das Mikro für immer wieder sonntags schwingt. Kampf um die TV-Krone. Werden aus Freunden jetzt Rivalen? Andi Borg, er kriecht in Stefans Wohnzimmer. Mit seinem Schlagerspaß fährt Andi Borg immer wieder beeindruckende TV-Quoten ein. Deshalb darf der Ex-Musikanten Stadel-Moderator mit einer Spezialausgabe am 29. Juli live auf Sendung gehen. Der Sommerspaß mit Andi Borg wird ab 20.15 Uhr im SWR sowie parallel auch im MDR übertragen. Normalerweise wird die Sendung sonst in Offenburg in der Messehalle aufgezeichnet. Doch jetzt moderiert Andi aus der Immer-Wieder-Sonntags-Arena, wo sonst sein guter Freund Stefan Mors seine Show präsentiert. Die Zuschauer sind begeistert. Das zeigt sich auch schon im Vorfeld, die Plätze an den Biertischen sind bereits ausverkauft. Stefan Mors, immer wieder sonntags bald ohne ihn, und mit Andi Borg? Dabei unterstützten sich die beiden Schlagerstars bisher in der Vergangenheit immer. Stefan macht bei Andi in der Sendung Werbung für sein Format, Borg überraschte seinen Freund dann daraufhin in seiner Show letztes Jahr. Eigentlich dachte Mors nämlich, dass Borg nach seinem Auftritt ganz am Anfang von immer wieder sonntags schon auf dem Weg zu seinem nächsten Konzert in die Schweiz war. Doch dann winkte der plötzlich auf einem Bananenwasserfahrrad fröhlich in die Kamera. Ich lass dich in deiner letzten Sendung nicht alleine, strahlte Borg seinen Kumpel an. Doch jetzt ist die Lage anders. Mors ist zwar als Gaststar bei Borg eingeladen, macht aber seit Monaten eher negative Schlagzeilen mit Alkohol, Prügelei, Trennung, neuer Freundin und unentschuldigten Absagen. Er steht deshalb stark in der Kritik. Sein Freund ist dagegen langfromm. Probiert der SWR also schon mal seine Geheimwaffe Andi Borg in der gleichen Kulisse aus, für alle Fälle? Der bekommt immerhin neben der Live-Schaltung schon mal 30 Minuten länger als üblich. Und Stefan bangt um seinen Job, denn Andi könnte ihn ersetzen. Das wäre dann das Ende ihrer Männerfreundschaft.